Ich grüße euch alle recht herzlich. Was ist Sterndeutung und warum sind wir alle so fasziniert davon? Es ist Abend und dein Blick geht in den Sternenhimmel. Was siehst du? Der Himmel ist klar und die Sterne funkeln am Firmament. Sie zeichnen vielerlei Muster. Deine eigene Fantasie lässt Figuren entstehen. Soweit du mit dem bloßen Auge schauen kannst, erkundest du den Sternenhimmel. Eine überwältigende Weite des Weltalls breitet sich aus. Im Dunkeln der Nacht leuchten die Sterne in ihrer Faszination und lässt die Astrologie entstehen. Astrologie gilt als eine der ältesten und wichtigsten Techniken, um mehr über das Leben und über die menschlichen Entwicklungen zu erfahren. Schon seit frühester Zeit versuchten die Menschen, durch das Beobachten des Himmels und der Sterne, das Klima und das Wetter vorherzusagen. Aber auch weltliche, ja politische Hinweise konnten gedeutet werden. So kamen in Mesopotja die Priester schließlich zu der Überzeugung, dass die Stellung einiger Himmelskörper einen Einfluss auf uns, auf alles haben. Und über die bisherige Sicht des Sehens und Deutens weit über das bisherige hinausgehen. Ihre Überzeugung war, dass gewisse Positionen auch das Schicksal des Menschen beeinflussen können. Noch heute ist Astrologie mit der Sterndeutung für den Menschen ein guter Ratgeber und eine gute Lebenshilfe. Bist auch du unsicher, wie es in deinem Leben weitergeht? Suchst du die große Liebe oder einen Arbeitsplatz? Oder hast du andere Fragen in deinem Kopf? Dann brauchst du nur bei mir anrufen. Ich kann dir helfen. Meine Rufnummer, die ist hier unten zu lesen. Auf meiner Homepage deria-lichtvoller-engel-kontakt.de kannst du alles über mich erfahren. YouTube kennt ihr bereits und könnt euch in all meinen Videos viele Anregungen holen. Sucht nach dem Titel der Videos, was für euch das momentane Problem ist und es zutrifft. Dann hört es euch an. Wenn das immer noch nicht hilfreich ist, dann nehmt Kontakt zu mir auf. Einfach anrufen und ich kann helfen. So einfach ist das. Herzlichst, eure DERIA 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 DERIA